Da sind wir wieder zurück. Die letzte Folge ging etwas zu lang. So dann wollen wir mal diesen Stift holen. Ihr habt es gesehen wieder für die dunkle Seite entschieden. Das liegt in meiner Natur. Wirbelpanzer, okay. Lauf ich richtig? Ja. Imperialer Boote. Oh, ich darf wieder Fahrstuhl fahren. Das gefällt mir. Ich werde gerade beide runter fahren, ernsthaft. Jetzt. Hä? Der war doch gerade, wie? Ich stelle keine Fragen mehr. 7, 8, 9, 10. Das eine habe ich bis jetzt erledigt. Oder zwei. Ne. Nee, nicht lange werde ich aber auch nichts mehr machen. Was? 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 Oh! Was? Geh da! Abum! Geh da! 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 Und die regenerieren sich nebenbei! Gleich geht's besser! Ja gut! Ich muss bis dahinter zum Schrottplatz! Lecko mio! Der Ort hat sicher schon bessere Zeiten erlebt! Geh da! Die haben's in sich! Was? Bet! Bet! Geh da! Geh da! Gernaguer! Zucker gefällt eigentlich, welcher sich der slot? Dasân wir! Dann li Candelaufars! Holy Macaroni! Kann ich die irgendwie umgehen? Die sind nur Level 16. Ich muss da hoch! Ich muss da hoch! Oh, da gibt's Erze! Wett? 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 Wo ist die Alte? Ja, die ist unsischbar! Ey! Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Ich hoffe es mal! Ja! So! Gesicherte Kiste! Er beutet einen Datenstift! Datenstift mitnehmen! Das hört sich nicht gut an, was hier so gluckert und blubbert und rummort! Oh, ich kann da oben landen! Ah! Oh ja! Ja komm, dann erledigen wir sie! Ah, da unten pümmeln wieder welche rum. Aber ich bin durch. Ich habe es geschafft. Jetzt muss ich auf Fett warten. Oh, die ist hier oben. Oh nein! Und wieder ein Vipromesser. Nicht zu fassen. Anstatt der Ersatzteile für meinen Freund haben sie den Datenstift mitgebracht. Jetzt bleibt mir keine Wahl. Es ist Zeit, dass du dich wieder deinen Pflichten widmest. Persönlichkeitsprotokoll wird repariert. Funktionen werden auf Standard gesetzt. Bitte warten. Wenn sie mich bitte entschuldigen würden. Meine derzeitige Aufgabe ist es, das Eindringen von Feinden in diese Zone zu verhindern. Ich muss wachsam bleiben. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. schon mal her. Fett. So. KITICH, Angriff, Ausdauer, Beherrschung. Ja, die ist viel besser. Hier, komm, truff damit, oder? Ja. Mach mal das alles schon mal. Wo wir jetzt sind? Zum Sandari-Flachland. Widerstand, Sympathisanten, Kommunikationsausfall. Außenposten, Victory, Heldenbereich, Feuerstern. Trader, Militärfabrik, Hangar, Vorsicht walten lassen. Pew, 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 pew. Ich will auch so eine große Pew, Pew in meinem Schiff haben. Okay. Pew, 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 pew. Bist du gar nicht mehr online? Doch. Doch, jetzt. Leute, wurde mir die ganze Zeit gar nicht angezeigt, oben in der Freundesliste. Okay, ich habe aber nicht nachgeschaut, ob du mir angezeigt hast. Das siehst du ja oben, dort bei diesen drei Metal Kick, ne? Wenn dort eine Null steht, dann, also bei mir steil es die ganze Zeit eine Null. Ja, als ob du offline wärst. Hm. Nein, ich bin noch da, aber wie gesagt, lange bleibe ich nicht mehr. Ach, die Heimatland ist das groß. Ja, die, ich nehme jetzt noch 15 Minuten off, dann ist die letzte Aufnahme durch. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Folgen aufgenommen, Alter. Achte, das ist neuer Rekord im Aufnehmen bei mir. Bin ich denn jetzt auf dem richtigen Wege? Da oben ist schon wieder eine Quest. Oh, Lull. Fahrstuhl, runter. Zack, zack. Zack, zack, zack. Bounce. Ich vermisse meinen Druid-Di. Gibt es nicht irgendwo Haustierhändler? Keine Ahnung. Boah, hier oben gibt es schon wieder die nächste Quest. Händlerin für leichte Rüstung, nö, aber die verkauft nicht alles. Wollt ihr euch die Munition ansehen? Für das Imperium. Leutnant Kuizun. Ihr seid ein Sith, oder? Bitte, ich brauche jemanden mit hoher Sicherheitsstufe für eine wichtige Bergungsmission. Die Republik hat einen unserer Forschungsposten überfallen. Ein Schiff ist mit gestohlenen Plänen für ein brandneues Kampfläufer-Modell entkommen. Glücklicherweise konnten wir es abschießen. Ich brauche jemanden vertrauenswürdigen, um die Absturzstelle zu untersuchen und diese Pläne zurückzuholen. Sith kennen den Wert der Verschwiegenheit. Gut, gut. Der Geheimdienst läuft Sturm wegen dieser Sache. Das ist die Route zur Absturzstelle. Oh, wenn es irgendwelche Überlebende gibt, tötet sie. Bringt die Pläne zur Agentin Nianla. Sie wird sie in Sicherheit bringen. Danke. Euch zu treffen war ein echter Glücksfall. Umfassender Händler. Ich habe die beste Ausrüstung und die besten Reise. Vibrationsschwert-Lichtschwert des Schülers. Meins hat weitaus bessere Werte. Ich würde gerne für die Wett mal ein paar neue Waffen kaufen. Die 25 bis 47. Die machen gut. 39, 72. 40. Wieder da. Äh, so Wett. Ich hoffe, das genügt dir fürs Erste. Viel Glück bei der Jagd. Ich will jetzt die neuen Blaster in Action sehen, Wett. Los. Abgeschossene Schiff der Republik, genau da muss ich hin. Ich will jetzt die neuen Blaster in Action sehen. Jaaa. Ah, die sind schön. So, Vett. Gefallen dir deine neuen Blaster? Ja, die sind total gut. Entschuldigung, das muss dein Waffe sein. Die könnte sich ja ruhig mal dankbar zeigen. Ähm, hier haben wir noch ein paar Mops. Und was ist das da? AVA2 Hetzerdroide Level 18. Ja, gut. Hallo? Huch, wo kam die denn auf einmal her? Na ja, Kodex-Eintrag. Das ist ein Riesenschiff. Crashkurs Datenpack. Ich darf Jedis töten, yeah. Ich darf nicht mehr. Aktueller Aufenthaltsort. Republikanischer Wachsoldat. Wachsoldat. Ne, wei. Warum? Jetzt Leiter der Republikanischen Siedlung. Du stirbst. Und tot. Hahaha, geil. Also deine Schergen haben mehr ausgehalten als du. Oh, leider. Ei, ei, ei. Oh, da ist ein schissbrüchiger Offizier. Nein, ich will einen Jedi haben. Jedi-Panaman. Stirb. Und jetzt gibt mir der Lichtschert als Trophäe. Arschloch. So, da haben wir das, was wir brauchen. Gestohlene Kampfläuferpläne. Ich hab einen Padawan getötet. Da ist noch ein Jedi-Padawan. Gibt's ja auch einen Jedi-Meister. Hast du deinem Gefährten eigentlich schon mal neue Waffen und sowas gekauft? Ähm, gekauft nicht, gegeben ja. Warum? Ich hab hier bei einem Waffenhändler Waffen für die Wett gekauft. Die machen ja doppelt so viel Damage wie ihre Vorherregner. So, ich hab zwei Padawanen getötet. Und da gibt's Erze. Ich bin ein starker Sith-Schüler. Aber so ein Jedi-Meister wäre jetzt natürlich auch nicht schlecht. Oh, oh. Schon besser. Ja. Ja. Ähm, Bluteinsommen... Ähm, Bluteinsommen... Käpt'n Devesh, du stirbst jetzt und so gefällst du mir. Und Loot? Fick dich's doch eh. Hä? So'n Billo Ding. Gib mir bessere Rüstung. Klu-Fähigkeit sammeln bei 62 von 600. Joa... Agenten-Didi-Dings-Da-Crash-Kurs. Da muss ich hin. Warte mal, war das das? Nee, ich muss doch eigentlich dort hin. Hä? Ich versteh das nicht. Ich geh jetzt einfach da in Arschlecken. Wird schon seine Richtigkeit haben. Und hier gibt's die nächsten Quest-Tidy. Genau was ich suche. Niemand in der Galaxis kämpft wie ein Silt. Habt ihr Interesse an ein paar Zielübungen? Nicht sehr kompliziert, eine große Belohnung aus der Chefetage und die Ziele bewegen sich nicht einmal. Die Republik hat Geschütztürme entlang der Verteidigungslinie errichtet und meine Truppen kommen nicht durch. Rütt. Wenn es eine Belohnung gibt, bin ich interessiert. Wenn das Leben meiner Männer auf dem Spiel steht, kann ich großzügig sein. Trefft die Türme mit allem, was ihr habt. Ich setze mich mit euch in Verbindung, wenn eine Lücke entsteht, durch die wir gelangen können. Viel Erfolg! Glückwunsch! Licht.. 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 Es ist weg. AGAIN.. Geschichte.. Geschütztürme.. In der ganzen Zeit habe ich gerade nur zwei Quests abgeschlossen. Nebenquests oder dieser lila.. Nebenquests oder dieser lila.. Hauptfest. Ja, okay. Die können sich am Anfang extrem lange ziehen. Wenn ihr einen geraden sehen wollt. Oh, nee. Hier sind auch noch wieder welche. Ich jaul hier mir einen ab, echt. Hallo, wie spornst du bitte? Wie lange braucht das denn, bis die respawnen? Oh, Ewigkeiten, yo. Oh. 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 Das war's für heute. Es gibt auch, bei Mora habe ich zurzeit 23 Nebenquests angenommen. Nur noch bei 10. Ich komme gerade auch nicht wirklich weiter, weil die hier alle Geschütztürme, die ich eigentlich geschrottet muss, geschrottet haben und die respawnen einfach, meine ich. Ich habe einen Quest, mit der ich ziemlich viel rumreisen muss, was bedeutet, ich kann alle Quests gleich einsammeln. Das mache ich auch so. Ja, auch, aber 25 ist das Maximum, was man haben kann. Und ich muss natürlich ziemlich gut sein. Drei von sechs. Drei von sechs. Dann ist das dort 5 von 6. Und das ist 6 von 6. 5 von 6. 5 von 6. Mit uns legt sich besser niemand an. 5 von 6. 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 5 von 7. 5 von 7. 6 von 7. 6 von 7.